Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Outlast. Noch bin ich gut gelaunt, ich bin euer Schmuser und ja, das Horror geht jetzt weiter. Ich habe ja irgendwie gerade echt Bock drauf. Irgendwie komisch. Ich habe Bock mich zu gruseln. Aber wahrscheinlich nur ja, bis der erste Schocker wieder kommt. Aber ansonsten bin ich noch nie so positiv reingegangen wie heute. Bei der letzten Folge, da haben wir die Sicherheitskarte gefunden. Und ähm, Sicherheitskarte, Einlasskarte, keine Ahnung. Und jetzt müssen wir die einlösen. Warum ist hier das Bild zu grau? Wo bin ich? Warum bin ich denn bei dem Kerl schon wieder? Okay, die Karte habe ich anscheinend schon genommen. Oh, dann muss ich wieder zurück. Und dann muss ich wieder... Ach man, ich hasse diese Speicherpunkte. Scheine nicht immer da zu sein, wo man wirklich auch genau speichert. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zurück an diesen komischen Rollstuhltypen da. Habe ich ja schon gar keinen Bock drauf, ne? Habe ich ja schon wieder gar keinen Bock drauf, ne? Aber egal. Kann uns ja nicht mehr schocken. Wir haben uns ja schon gesehen, was abläuft. Dann gehen wir wieder schön außen vorbei. Wenn mich jetzt einer von euch erschreckt, ne? Kriegt ihr direkt auf die Fresse, sag ich euch. Gut. Ihr seid eh da alle geskriptete Assis. Nimm mal weniger Drogen, Alter. Guck dich mal an. Da läuft doch gar nichts. So, der Arme ist ein Zehen. Na gut, komm. Am besten gucke ich einfach gar nicht hin, oder? Ich gucke gar nicht hin, aber ich habe den Sound auf den Ohren. Okay, egal. Fuck off. Komm, ich laufe einfach gerade vorbei. Ja, komm, Idiot. Kriegst du jetzt auf die Fresse und bam. Komm, bam. Ja. Wow. Was, ne Heulsuse. Ich, ich hilf. Was, ne Heulsuse. Aber trotzdem habe ich mir ein wenigstens Zaun schon wieder erschrocken, echt. Okay. Äh, wo war die Tür? Da hinten war die Tür. Okay, okay, okay. War der, der war doch gestern nicht da, oder? Okay. Das war die Toilette schon alles, das kennen wir doch schon alles. Da ist die geheime Tür. Hier waren wir letztes Mal. Okay. Langsam oder schnell? Komm, wir machen schnell. Und Tür wieder zu. Ist, glaube ich, besser so. Liegt hier irgendwas? Ah, da unten. Ah, ne, ist doch Rechner nur. Drücke und verstecken. Ah, Haupteingang jetzt mal. Aha, okay. Oh, oh. Oh, oh. Starte in den Garton Keller neu. War der gerade eben schon da? Oh, oh. Oh, wo konnte ich mich verstecken? Hier war doch irgendwo verstecken, oder? Oh, oh. Nein! Arschloch! Lauf weg! Warum läuft der mich weg? Oh, oh. Ich glaube, ich bin tot. Also, verstecken ist keine gute Lösung. Neues Ziel, starte den Generator neu. Komplett verstecken. Komplett verstecken. Hau ab, dickes, dickes Ding. Ach, diese Geräusche, ey. Können wir jetzt gehen? Okay, wir müssen in den Keller zum Hauptgenerator. Der Typ ist links rumgegangen, gehen wir rechts rum. Gerade eben mit Licht hat mir das alles besser gefallen. So, irgendwann Nightwish anmachen. Geht, ich hebe noch nicht so viel. Oh nein, komm, Nightwish wieder auf. Der Keller ist ja schon hier unten. Jetzt ist die Tür da unten noch offen. Okay. Okay. Oh, wieder wo wir was durchquetschen müssen. Da passiert bestimmt wieder irgendwas. Alter, das ist so übel, dieses Game, ey. Ich soll da drüber hinweg springen, auf wo es da dunkel ist. Das war klar. Woaaah! Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Ich schaue, wenn ich einschreite, passiert bestimmt irgendwas Pulsus. Ich schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Der war doch rechtsrad was, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Da ist eine Gaspompe, okay. Dann ist bestimmt mit einer anderen Tür die andere Gaspompe. Oh mein Gott, heute die Schritte. Oh, da hinten ist was. Wo ist die andere Gaspompe? Wo ist die andere Gaspompe? What the fuck? Die Neidwäsche-Batterie geht alle. Neue Batterie rein tun. Ich höre irgendwoher wandern. Jetzt finde ich die andere Tür nicht mehr. Ist doch Wahnsinn. Oh, da ist er. Ach, das war die, wo ich schon war. Oh Mann. Oh Mann. Ich würde sagen, ich bleibe das ganze Display einfach hier im Schrank stehen. Hier bin ich sicher. Und wenn ich das jetzt zehn Folgen durch mache, dann gibt es überhaupt keinen Daumen mehr nach oben und dann kann ich damit auch aufhören. Boah, Batterie. Ich werde sie brauchen. Das Hör ich schon wieder hierher tapsen, weil ich sehen wieder nicht. Oh mein Gott, ich bin wieder im Schrank. Ja, ich bleibe jetzt einfach den ganzen Tag hier im Schrank. Da, 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 da. Ne, Quatsch. Wo war die Tür gewesen? Warte mal, wenn ich jetzt rauskomme... Na komm, ich riskiere es jetzt einfach. Oh. Oh. Hau ab. Lauf doch. Oh nein, da ist er! Bring ihn rüber! Nein, der ist immer noch hinter mir her! Oh nein! Mein Gott! Mein fucking Gott, da sieht auch noch das Kameralicht aus! Nein, der ist auch noch! Ist er weg? Nein, er ist nicht weg! Du Arschloch! Alter, wo ist dieser zweite Generator? Das kann doch nicht so schwer sein! Ich bin einfach dieser scheiß beiden Generator! Und ich bin so ein Kack! Ich bin so ein Kack-Nubel! Das ist der, den ich schon angemacht habe! Ich bin so ein Kack-Nubel! Du musst der zweite noch hier sein, oder nicht? Ja, da habe ich ihn! Ich bin jetzt weg hier, komm! Ja! Wo war ist der Hauptschalter? Der war doch hier um der Ecke, Mann! Da ist er! Da ist er! Lauf! Ja, ich glaube ich tot! Jetzt steh auf, Mann! Warum steht der nicht auf?! Warum steht der nicht auf?! Ja! Ja! Nächste Folge weiß ich, wie es geht! Und dann machen wir's! Jetzt weiß ich ja, wo die Schalter sind! Nächste Folge, bis dann! Ciao, ciao, euer Schmusa!